Das Darknet ist quasi die Parallelwelt des Internets, in der man anonyme und unerkannt surfen kann und zudem es aber nicht ganz so leicht ist Zugang zu bekommen, ein bisschen tricky. Überlebenswichtig beispielsweise für Menschenrechtler, Journalisten und Widerständler in Ländern wie Syrien oder China. Doch im Darknet tummeln sich natürlich auch viele Kriminelle, Hacker oder Drogenhändler beispielsweise. Doch wie genau funktioniert es und wie illegal ist das Darknet tatsächlich, warum halten es viele für das Vorbild des herkömmlichen Internets, das wir alle täglich nutzen. Ihr habt euch dieses spannende Thema bei WhatsApp gewünscht und bekommt jetzt alle wichtigen Facts. Herzlich Willkommen bei Clixoom Science & Fiction! Ja und wie ihr zu WhatsApp kommt und damit machen könnt, das erfahrt ihr am Ende des Videos. Ja grob gesagt ist das Darknet das dunkle Netz ein technisch abgeschirmtes Netz. Dieser Schutz kann technisch gesehen auf verschiedene Art und Weise ermöglicht werden, doch in der Praxis funktioniert das Darknet über die Anonymisierungssoftware namens Tor bildlich gesehen quasi eine Art Tarnumhang. Die amerikanische Non-Profit-Organisation The Tor Project hat dafür einen kostenlosen Browser entwickelt, der Internetnutzer unkenntlich macht und anonymisiert. Auch die Identität der Darknet-Seitenbetreiber mit der Endung Onion, die werden verschleiert. Die Seiten des Darknets können von den herkömmlichen Browsern wie Firefox oder Google Chrome nicht gefunden werden. Genauso wenig wie die von den Suchmaschinen, die wir täglich nutzen. Und obwohl es das Darknet schon länger gibt, es ist für Geheimdienste, Wissenschaftler und so weiter und so fort immer noch schwierig, seine Strukturen und die Nutzer und Nutzerinnen zu erforschen und zu analysieren. So weiß man beispielsweise gar nicht genau, wie groß es überhaupt ist, denn die Adressen werden automatisiert erstellt und auch über die Anzahl der Darknet-Nutzer weiß man kaum etwas. Was aber klar ist, das Darknet wird oft als der Untergrund des Internets bezeichnet. Denn in Ermittlerkreisen heißt es mittlerweile, dass man hier Verbrechen als Dienstleistung bekommt. Crime as a serve. Also es geht um Drogen- und Waffenhandel, Falschgeld und auch um Cyberangriffe. In einer Studie aus dem Jahr 2016 hat ein britisches Forschungsteam analysiert, in welchem Umfang das Darknet tatsächlich für illegale Zwecke genutzt wird. Rund 5000 Onion-Seiten haben sie für ihre Untersuchung durchforstet. Die Hälfte der Seiten war allerdings leer. Die Seiten mit Inhalten gehörten zu 57% in die Rubrik illegal. 43% der Seiten dagegen stufte das Forschungsteam als legal ein. Laut der britischen Studie ging es bei etwa einem Viertel der illegal eingestuften Inhalte um Drogen und bei einem Fünftel der Inhalte um illegale Finanzgeschäfte. Also beispielsweise um den Handel mit Kreditkartendaten und Falschgeld. Und der illegale Handel im Darknet unterscheidet sich gar nicht so sehr vom Legalen hier im normalen Internet. Es gibt wahrhaftig Dinge wie AGBs und ein Rückgaberecht. Bezahlt wird allerdings mit Kryptowährungen wie Bitcoins. Zurück zur britischen Studie um terroristische Hetze und dem Aufruf von Gewalt ging es bei 9% der Inhalte und um verbotene Pornografie bei 8% der Seiten. Wie die Studie also zeigt, ist längst nicht alles was im Darknet zu finden ist illegal und so gibt es auch immer wieder Stimmen, die sich für das Darknet einsetzen und seine positiven Seiten hervorheben. Unter anderem der Chaos Computer Club CCC Deutschlands, der sich beispielsweise 2016 dazu geäußert hat. Nach dem Amoklauf in München wurde das Darknet ja extrem von deutschen Behörden kritisiert. Denn der Täter soll sich die Waffe über das Darknet organisiert haben. Dazu der Sprecher des CCC Linus Neumann. Das Bedrohungsszenario, das von deutschen Behörden gezeichnet wird, ist nicht sehr realistisch. Der Waffen- und Drogenhandel in der realen Welt sei deutlich größer als im Darknet. Zudem betont der CCC auch immer wieder, dass Schaden und Nutzen des Darknets abzuwägen sein. Für Menschen in Ländern wie der Türkei, Syrien oder dem Iran sei das Darknet unheimlich wichtig, um Menschenleben zu schützen und die Freiheiten der Demokratie zu bewahren oder zu erlangen. Ursprünglich wurde das Darknet tatsächlich auch genau zu diesem Zweck entwickelt, nämlich um Dissidenten und Dissidentinnen zu schützen, die darauf angewiesen waren, sich zu informieren und zu veröffentlichen und zwar anonym. Und CCC-Sprecher Neumann geht noch sogar weiter und sagt, dass Darknet ist das Internet, wie man es sich eigentlich wünschen würde. Ein Netz ohne Zensur und Überwachung mit all seinen Vor- und Nachteilen. Und jetzt noch kurz zu den legalen Seiten des Darknets, die es ja auch gibt. Da gibt es quasi alles, was ihr euch so vorstellen könnt. Blogs über Politik, Katzen, Technik, Nerdgramm und eine Menge Tutorials. Außerdem gibt es anonyme Messenger und auch Dateitauschdienste. Seit 2014 hat auch Facebook eine Darknet-Präsenz. Einige Medienhäuser wie die Washington Post haben auch anonyme Postfächer über das Darknet eingerichtet. So kommen die Redaktionen an die brisanten Nachrichten von Whistleblowern. Wenn ihr also auch dabei sein wollt, der Link zum Tor-Browser, der ist unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr als erstes Neues zu den Themen Cyberkrieg, Verbrechen im Internet, Darknet, Kryptografie und so weiter und zu allen anderen Themen erfahren wollt, dann addet meine Telefonnummer hier bei WhatsApp, dann erfahrt ihr von mir vor allen anderen vom neuesten Video und zwar täglich garantiert. Ihr könnt dort direkt über mich in der Redaktion von Klick zu machen und mir Themen vorschlagen, an Abstimmungen teilnehmen und so weiter und so fort und zur Begrüßung habe ich noch ein kleines Goodie. Einfach hier draufklicken und natürlich nicht das Abo mit der genau Glocke vergessen. Hier geht es weiter mit dafür auch draufklicken, die größte Cyberattacke aller Zeiten. Ansonsten bis dann, bleibt dran!